Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 13. Dezember und ich warte hier auf Juli, um unsere gültigen Unterstützungsunterschriften abzugeben. Hier stehe ich jetzt vor dem Bürgeramt mit dem Wahlkampf-Fahrrad. Da habe ich hier so eine Flacke dran gemacht. Ganz oben ist die gelbe Sonne zu sehen, darunter regnet es auf die Stadt. So als Motivation. Direkt hier haben wir einen Hotspot. Was ist denn eigentlich das für ein Teil? Das lackert ein bisschen. Aber nur hier auf dem Handy. Gut. Alles klar. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt geht es weiter.